Hier ist dunkel. Hier könnte man mal... Ja gut, dann nehme ich die auch noch mit. Viel war es ja nicht. Aber in meinen einen, besser als keinen... Warum habe ich mir denn hier nicht den Weg geebnet? So, jetzt ist beim Hochkommen natürlich Vorsicht geboten. Da ist schon ein Kollege. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Gar nicht, weil ich trottel mir ja nicht dran gedacht habe, hier irgendwie... Ich habe eigentlich keine Lust, dass der mir jetzt am Kopf fällt. Wie komme ich denn hier raus? Ich sehe dich. Bleib gefälligst da, wo du bist. Also, die war jetzt nicht so die Ausbeute. Ich habe ein Skelett. Ich sehe ein Skelett. Ja, dich sehe ich auch, Kollege. Au. Da ist noch eins. Aua. J2. Aaaa. Aua. Ja, genau. Kommt mal. Kommt mir mal schön nach. Ich will nie getroffen werden. So. Meine eigene Fackel abgehauen ist doch nicht doof. Äh, Fackel? Fackel. So. Drei Pfeile und zwei Knochen und der Zombie steht da oben immer noch. Ohne Rüstung. Ah, also wirklich. So. So. Wer macht Modi? Komm, macht Mo. Ah, Zombie. Zombie. Creeper. 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 Daaa, Creeper. 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 S Odd mir. Ja, auch! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Aua- sorted 하나�isch! Ach. Ach. Bet Alumni. Ach. Ach. Oh Gott! Wo kommt der denn her? Ja, wir leben noch. Wir leben noch. Wir leben noch. Es ist der Tag. Schock des Lebens. Alter Schwede, Alter Schwede, Alter Schwede. Das war... Nicht auch davon. Das war... Knapp. Ich warte jetzt hier noch eine Sekunde, weil ich hab... Oh Mann, Alter. Könnt ihr euch nicht mehr machen? So, es stirbt ja. So. Das ist eine Kuh. Hier ist gerade der Zombie gestorben. Da ist ein anderer Zombie. Ich wäre so ein bisschen dafür, auf die Richtung zu gehen. Also in die Wüste, weil da ist der Überblick einfach mal wesentlich größer. Als hier im Wald. Ojejeje. Da ist schon hier so ein Kätzchen. Ich dachte, die sollen nur im Dschungel spawnen. Oh, das ist so süß. Ich will eins haben. Dazu brauch ich einen Fisch. Oh, das ist ein Baby-Käb... Wo sind wir sie hin? Da. Ah, so süß. Eigentlich noch ein Skelett. Da ist ein Skelett. Irgendwie so ein Baum. Nö. Da ist ein Skelettchen. Hauptsache kein Creeper. So, dann war das mit der Höhle jetzt ein Satz mit X, würde ich mal sagen. Komm. Komm, hopp, hopp. Das war jetzt nicht so eine Ausbeute. Leider. Arsch. Aber gut. Man kann sich das nicht immer aussuchen. Dann werde ich jetzt mal... Ja, da die Bäume weg. Äh, hacken. Jetzt brauche ich die Spitzhacke aber nicht. So. Und hier so ein Eingang schaffen. Mann, ey. Der Creeper. Wirklich. Der ist echt der Schlimmste von allen. Voll. Gegen die, die Enderman sollen die gruseligsten Gegner in Minecraft sein. Der Creeper. So. Schraufel haben wir hier. Das dauert natürlich jetzt eine Weile. Das muss ja alles abgebaut werden. Ja, mit dem Stück Fleisch durch den Baum. Ey, komm. So. Ich hab doch schon wieder einen Enderman ge- Der ist doch direkt. In meinem Haus, du. Du Einbrecher. Ich wende mich. Ist das der denn? Ist das der gleiche? Da spawnt der direkt hinter mir. Oder teleportiert sich direkt. Ich will so einen Enderman killen. Wo ist er denn jetzt? Endü. Ey. Komm doch. Enderman. Ich weiß wie. Halt nicht. Dann halt nicht. Ohne Licht. Aber die Monster sind hier irgendwie ziemlich anhänglich. Kann das sein? Also ich mein... Hm? Versuchen wir den so einer Katze zu legen. Das ist der Creeper. Nicht, dass die nicht mehr anfängt. Ah, jetzt hab ich mich als Mikrofonkabel verheirrt. Ganz schlecht, ganz schlecht. Uah. So. Äh. Krippel. Umkrippel. So. One Apfel. Apfel. Erbo. Oh. Da. Ah, also jetzt rechten wir langsam hier mit dem Mikrofonkabel. Krippel. Das war... Danke. So. Inschluss. Genau. Okay. Hab nur geguckt, ob ich das Mikrofon dabei nicht aus Versehen einfach stumm geschaltet hab. Das war die erste Schaufel. Jetzt... ...und... Oh... ...hier doch die... ...Bäume... ...vernichten. So. So. Und weg, 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 weg. Alles weg, alles weg. Oh. Alles weg, alles weg, alles weg, alles weg. Hmm, soll ich jetzt direkt hier anfangen oder soll ich... Hm, ich verschmier' einen Apfel. Kommen die jetzt so oft? Früher waren die immer selten, also... Also früher. Früher. Früher war es. Warte, danke. Hm. Früher liegt auch Pokémon im Fernsehen. Das läuft jetzt nicht mehr, oder? Das ist Sodor. RTL 2. Warte, da. Wo warst du da? Ach so. Zu dieser anderen Höhle. Auf jeden Fall muss ich... Irgendwie muss man nach einer Höhle und Redstone und Spinnen und so. Ich möchte Strings haben und möchte da mal eine Angel. Was denn, wenn ich diese Kätzchen jetzt heben kann? Ja. Miau, miau, miau. Ich möchte so eine Kätzchen. Ich mag ja Katzen. Katzen, ja. Hm. Hab' aber keine. Leider. Aber hier ging's ja nicht weiter, ne? Nein, hier ist nichts. Und hier müssten wir wieder zu unserer Hütte kommen, von einer anderen Seite. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Hm. Aber hier sind ja auch keine. Hier gut, hier ist diese... Aber wenn ich da reingehe, ich komme ja nie wieder raus. Aber irgendwann gehen wir da rein. Ich verspreche's. Irgendwie werden wir da schon wieder reinkommen. Und auch wieder raus. Hoffentlich. Warum holt sich den Baum jetzt eigentlich ab? Macht gar keinen Sinn. Hier ist der Engel überhaupt nicht. Auf der Seite. Macht nichts. So, jetzt mal die Saplings hier einsammeln. Und jetzt... Jetzt, 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 jetzt. Jetzt muss es hier... Oh, Mann. Da können wir jetzt viele, viele Schaufeln drauf gehen. Hm. Steinschaufeln halten auch immer nicht so lange, leider. Ja. Das war schon mal einer. Machen wir mal... Eisen habe ich nicht drin. Super. Kann man generell mal einmal ein bisschen ablegen hier. Äh, so. Na, so. 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 Ah, so wenig Platz. Eine Spinnerhugel? Wo hab ich das denn her? Strings. Kann ich damit eine Angel machen? Also, Faden. Ich hab ja die deutsche Version drin. Das will ich dazu mal sehen. Wie ging denn das? Ging das so? Ja. Juhu. Äh, voll, Mikrofon. So. Kohle. Rein da. So. Hier. Was war hier drin? Nur... Warum ist denn die Musik jetzt aus? Ich hab ne Spinner. Wo ist die? Wo ist die? Spinne. Warte. Doch nicht etwa beim Schlafzimmer. Nee. Hm. Egal. Jetzt mal jetzt, äh... Ehh... 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 Aber wir finden hier welche. Ich scheine hier jetzt nicht mehr so gelten zu spawnen. Die Musik ist unheimlich laut, bis jemand vorkommt. Aber na gut. Ich hoffe, in der Aufnahme geht das dann. Ja. Ja, da, da. Oh, dann ist die Playlist erweitert. Schande auf mein Haupt. Schande auf mein Haupt. So, die Stufen, die nach unten führen sollen. Ich glaube, ich mache das so mit der Treppe. Ah, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Aber man lohnt hier. Die Idee mit dieser Wand kam irgendwie auch erst kurz vor der Aufnahme. Und dann dachte ich, das musst du jetzt sofort machen. Du nimmst jetzt sofort auf. Ja. So sah das für mich aus. Und dann hat die Aufnahme ja leider mit vielen Unterbrechungen auch nicht wirklich lang gedauert, weil die Festplatte voll war. Ich weiß zwar nicht, wo ein Terabyte plötzlich hin war, aber na gut. Da waren zwar noch andere Aufnahmen von Fraps drauf, aber trotzdem hat man ein Terabyte, hallo?